Sie haben gesagt, es ist eng ein Programm, die Nächsten stehen schon hinter der Bühne. Und deshalb wird es jetzt weg, Binger. Und wir gehen langsam den 16 Uhr zu. Aber ich muss eins sagen zu der Truppe, die jetzt hier auf die Bühne kommt. Die begleiten uns schon seit Jahrzehnten, ich sage extra Jahrzehnte, kommen die von Münster-Weinberg mit dem Omnibus-Heber-Könne zu uns und kann. Die waren damals dabei, wo wir in Frau Haus waren und die haben noch immer wieder den Lüfter noch zogen zu kommen und zu besöken, um an unsere Läger Kölzer zu bringen. Und deshalb bin ich dann dankbar, dass die aus beiden Stücken selber entscheiden, ihr fahre, wie jedes Jahr man kann. Und deshalb wird es richtig begrüßen hier auf der Bühne, KG Münster-Weinberg. Und deshalb wird es richtig begrüßen, weil wir in Frau Haus waren und da oben sind. Untertitelung. BR 2018 Ja, fast erlauben uns zusammen. Also, es ist so, normalerweise müssen wir schon ein bisschen bekannt sein, weil wir kommen jetzt im 8. Jahr in Folge hier nach Gölle, Galle. Und dann biecht es uns immer wieder Spaß. Und das ist für uns ein Highlight in unserer Session, darf ich mal sagen. Und wie ich immer wieder gesagt habe, schon vor Jahren gesagt habe, bei uns ist normalerweise in unserer Gegend, heißt es immer nur wieder Helau. Ihr habt ja sowas von Recht. Aber, es gibt ja so ein kleines Test, das ist Bibel de Gallia, der kleine Ort, und der heißt Münster-Malfeld. Und in Münster-Malfeld, wo wir herkommen, sollen wir nicht hilauen. Sorgen dann? Allah! Und deswegen, und gerade deswegen kommen wir so gerne hin, wie soll das bei uns ein festes Programm kommt. Und wir werden uns das auch nicht nehmen lassen, wenn auch unsere eigenen Leute zu Hause sagen, ja warum fahrt ihr denn nach Gölle, wir kommen nicht bei uns hin. Das ist aber uns scheißegal. Wir haben echt Spaß, und das freut uns, und deswegen bietest du euch hin, wenn ihr das wollt. Schönen Dank. Lieber Dieter, wo ist du? Dieter. Ja. Nee, der Dieter ist denn doch, also, unser Kleiner. Wo ist du? Okay, also. Wenn schon ihr euch schworen ist, pass auf, lieber Dieter. Unser kleiner Wein, der sehr gerne seit acht Jahren hier hinkommt, wirkt in diesem Jahr 180 Jahre alt. Und 180 Jahre alt ist schon ein Mist, lacht das voll, ich schätze mal. Und aus diesem Grund, wir haben keinen Prinzenwahlwein, aber keinen Zahn. Aber, wir sind 180 Jahre alt, und es gibt doch einen Jubiläumsorden, der K.K. Rot-Weiß-Minister-Malfeld, wo die wunderschöne 180 Strohfest-Zucker. Und ich wünsche dir, im Namen, der K.K. Rot-Weiß-Minister-Malfeld, heute, Nachmittag, diesen Orden, gerne überreißen. Also, leben wir in Gölle, wie Sonne, kommen hier wieder hin. Auf uns alle, auf den neunten Ordenstreier, ein dreimal tolles Gölle. Gölle. Danke, tschüss und auf Wiedersehen. Also, ich habe das eben schon mal gesagt, wir kennen uns so lange, und ich finde das einmalig, das ist wirklich, sage ich von Herzen, einmalig, dass wir jedes Jahr hier noch gehalten. Ihr habt uns ja auch schon mal, wenn ich dazu sage, da leer gesorgt. Entschuldigen Sie, weil wir nicht mehr genug hatten. Aber seit dieser Zeit haben wir immer Reserve da. Und deshalb kann uns das nicht passieren. Deshalb ist es immer schön, dass durch das Gölkische Lohn springt. Und dass ihr nur Grund habt. Und dann ist wieder, ich komme wieder rum zurück, das Hetz schlägt im Wider. Und dann ist wieder von Hetzel, wo unten die Hebel noch gar nicht kommen. Das Hetz nur mit dem Hetzel. Wir haben uns damals getroffen, vor acht Jahren, sagst du, und da haben wir so drüber in den Brauhaus, der hat gemerkt, die sagt, derzeit, wir ständig, jedes Jahr, ich weiß genau, um zwei, drei Uhr, wenn wir da in der Haftestunde schauen, oder sie sind so um zwei, drei Uhr hin. Deshalb bin ich immer nervös, wenn es um drei Uhr zurück. Deshalb finde ich das super, dass ihr bei uns seid. Und deshalb möchte ich gerade mit dieser Truppe einer Rackete, jetzt brauchen wir eine Rackete auf die Truppe Münster-Weinfeld. Kommando eins, zwei und drei. 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 Tito! 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 Tito!